Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop, und zwar vom 23.09.21. Ich bin natürlich wie immer gespannt, ob heute etwas Neues am Start ist oder nicht. Und würde dann denke ich auch schon damit sagen, dass wir in den Item-Shop direkt mal rein-switchen. Let's do them go. Was haben wir heute am Start? Okay, 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 okay. Die Street Fighter-Skins sind... Sind die neu oder sind die zurück? Ich glaube, die sind zurück, oder? Moment, schauen wir uns gleich nochmal an. Fangen wir doch mal... Oh, die Oktober-Skins sind zurück. Okay, okay, okay. Ja, sind auf jeden Fall schon die ein oder anderen coolen Sachen so mit dabei, ne? So ist es nicht, meine Freunde. Wir gehen erstmal in den täglichen Bereich und arbeiten uns dann hier mal durch. Wir haben jetzt so einige Emotes. Jonglieren nach 33 Tagen wieder zurück. Nach 31 Tagen haben wir hier oberpeinlich wieder am Start. Dann haben wir nach 35 Tagen einmal Smys. Und wir haben Fischen hier am Start, nach 34 Tagen. Dann geht's weiter hier nach 29 Tagen mit Bullseye. Und nach 38 Tagen haben wir hier den Schlummermeister. Sorry, Leute, falls ich mich ein bisschen krank anhöre. Ich bin etwas angeschlagen mit Halsschmerzen. Dies, das, ne? Kommen wir erstmal zu den Oktober-Skins, meine Freunde, ne? Oktoberfest steht vor der Tür, ne? 337 Tage lang waren die Skins nicht mehr im Shop gewesen. Es gibt auch eine Spitzsacke und einen Gleiter noch mit dazu. Wie gesagt, extrem selten. 337 Tage nicht mehr drin gewesen. Dann geht's eigentlich auch schon weiter. Raptor und Velocity sind beide uns bekannte Skins, ne? Die waren ja erst letztens schon drin gewesen. 54 Tage lang haben wir die nicht mehr drin gehabt. Dann, meine Freunde, geht es auch schon hier nach oben. Und zwar haben wir hier diese Streetfighter-Skins. Die waren bereits schon drin gewesen, ne? Ich hatte ein bisschen Brainlag. Nach 39 Tagen sind die wieder zurückgekehrt. Es gibt auf jeden Fall so einige coole Sachen, die in dem Paket und in den Skins mit enthalten sind. Dann haben wir noch eine geile Spitzsacke. Die mittlere finde ich jetzt nicht so nice, aber der Gleiter ist eigentlich ganz cool. Also kann man auf jeden Fall theoretisch gesehen mitnehmen, ne? So ist nicht, meine Freunde. Und an sich eigentlich ein ganz cooler Shop. Shop kann man mitnehmen, muss man nicht. Nur Geschmackssache, meine Freunde. Eure Meinung gerne unter den Kommentaren. Ich würde mich dann hier an der Stelle verabschieden und würde sagen, wir hören uns dann soweit im nächsten Video, meine Freunde. Haut rein, geht mit Flow, euer Frips und ciao.